moin leute guck mal unser neuer stromzähler er zeigt null an und die waschmaschine läuft im hintergrund jetzt zeigt er 43 an schöne neue welt da zeigt er über von 180 da läuft irgendwelche striche hin und er zeigt er wieder null an ja bei einem alten schönen analogen stromzähler da konnte man an der drehgeschwindigkeit dieser scheibe in der mitte sehen ob viel verbraucht wurde oder wenig oder gar kein strom hier kannst du überhaupt nichts hier hast du nur so ein blödes kleines scheiß display und ja muss damit zurechtkommen das kann es doch irgendwie nicht sein ja ich weiß man kann sich da eine pin bestellen dann musst du damit pin tipp 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 und licht und was weiß ich alles hantieren ja aber wer wer es gibt auch noch leute die das nicht haben die gar kein internet haben gibt es auch soll es geben ja was machen die dann die müssen einfach damit leben mit diesem blöden ding das ist die schöne neue welt und wer weiß was dieses blöde ding noch alles kann das werden wir alles noch erfahren in zukunft ja wie ich vielleicht nicht mehr aber die die damit leben müssen und mit der nachfolge gewährten die noch intelligenter sind so jetzt habe ich mich genug aufgeregt über das blöde ding also tschüssi dann hat ein Blöde gem Não ja 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 Vielen Dank.